ein herz medaillon hatten wir das nie von erst weggeschafft die sind schon ja dann brauchen wir hier noch die bärdkugel und dann werde ich noch weiter suchen das verrate ich nicht ich suche nämlich in diesem spiel schon sehr oft gefunden unsere quaste die haben wir schon ziemlich oft gefangen und ziemlich oft gesucht erst mal den apfel einen handabdruck ja ich habe sie ich habe sie gefunden und dann brauche ich noch ein ja oder feder wäre auch nicht ganz so schlecht vielleicht habe ich sie ja auch schon und ich verrate es nur noch nicht ja wo ist ja das werde ich jetzt nicht verrate ich noch ein messer das ist hier ja wo ist jetzt die quaste habe ich auch noch gesucht und der vogel bild so einfach bis 1000 mal vorbeigegangen so ein vogel ja das ist der vogel das ist ja nicht besser nicht ich dachte hast nie gefunden du hast den vogel gefunden ich natürlich auch ich zeige ihn euch gleich musst du mal nicht ob das wird die zeiten kannst du ja genau und wann ja und da war der vogel übrigens im puzzelteil so haben wir das puzzelteil war der weg ja ja oben oben links links oben rechts oben oben links links oben rechts oh yeah oh yeah da ist meine maske und das inventar zugeschissen ein hebel bringt nischt und das manche hier ist noch was schaufel haben wir nie aber ein hebel können wir vielleicht ein puzzelteil da reinstecken fünf karten stück in dudelsatt ja ja was hat uns das jetzt gebracht hier hinten hinzugehen wir waren mal hier hier ist was da muss der hebel rein und da kannst du ein leeres ölkernchen und da ist eine torte ach das sei sehr vertrauenserweckend aus ein kleines minispiel ein puzzle ich bin so glücklich mama ich kann jetzt wieder puzzeln so hä hä ich kann nicht anklicken doch jetzt mama reset was bringt mir einen reset da wird es noch mal kurz gezeigt super wir brauchen diese ach jetzt weiß ich was erst mal nie wollen diese ja ist das nicht schön ich finde das ich sehe es ja mal so drauf geht das immer wieder auf das leben ist nun mal kein ponyhof muss doch hier so ein fächer sein den finden der bleibt offen ach hier sind fächer im hintergrund da brauchen wir jetzt blätter im hintergrund noch wieso dabei auf der rechten aber ich denke mal das ist eingerahmt das wird man zuerst suchen das haben wir jetzt gefunden ach so jetzt müssen wir ich suche es mal das andere ja ich merke mir inzwischen wo das ist da ist es und da war noch mehr so das wusste ich damit das klar ist so dass die zehn fangen wir mal von vorne an wird der das wurde aha das ist wohl der unlogisch gewesen ach die merken und so war sonst tue ich ja und anklicken also es ist schon ein bisschen bekloppt na da da und da der 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 und der und der genau feuer war zweimal hier und immer oben oder hier und hier und hier nicht also da 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 professionelles rätseln heute mit uns und was war dort in der mitte kein feuer benutzt alles durchgegangen jetzt kommt wasser das war glaube ich hier nicht nicht das war ganz links auf jeden fall die ganze reihe also die beiden ja das ist anstrengend das ist doch albern da und da da haben wir doch alle das das und das und das ich würde sagen es wird immer einfacher warum bloß also vielleicht wird es einfacher die beiden ja dann schon mal zusammen das hier und drüber auch nicht ja da ist ein aha und da ist das ja den hier bestimmt also sowas ja okay nicht 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 da da die beiden oberen den unteren hast du dann noch ganz angekommen da gucke ich mir jetzt an sie ist dann die drei wasser da ist ganz links oder ne ich gucke gerade ganz ganz links minster ja dass das das und das nicht die hat es gerade offen ich mich kurz verklickt und jetzt wird es ganz schwer da ist das und das und das das war einfach wiederum ne ich will sagen das war gerade das schwerste von allen jetzt ach quatsch so und dann kommen wir hier da können wir ja endlich schon hier reingehen ja und da haben wir wieder mit ach so du bist das auch schon ich bin ich erst mal dran mit gucken ja du hast mir von alles weggenommen guck mal ein kind of you der josef pech ja dann sieh zu wie du da rauskommst ja da brauchen wir jetzt in anhänger eine spinne und eine augenklappe weil wir sind jetzt hier bei fluch der karibik acht acht ja da habe ich schon eine anhänger gefunden so ganz nebenbei dann brauche ich jetzt bloß nur die spinne und die augenklappe ja die spinne ist aber auch nicht schwer die ist nämlich ja die ist nämlich hier ist eigentlich eine augenklappe die habe ich auch ganz einfach gefunden ja und die spinne ist auch ganz einfach easy genauso wie die krähe ganz easy ja die krähe ist hier und da ist die spinne habe ich es aber schon vorhin gesehen ich wollte es bloß nicht gleich so offensichtlich machen damit du nicht gleich so schlecht dastehst die spitzhacke ist auch sehr schwer zu finden das fass ist auch extrem schwer der schraubenschlüssel ist hier unten ist auch easy gut eine wunderlampe und eine teekanne die ist auch nie so schwer zu finden die teekanne ja ach die ist hier unten und die wunderlampe was ist eine wunderlampe na eine wunderlampe ist das eine wunderlampe ne das ist ein globus ne ach genau das ist ein globus nein das ist eine magische kugel das war eine münze ach ich habe gar nicht gelbisch heute ja du hast hier die leichten bilder gekriegt ja gut ach hier ist eine wunderlampe feder und smaragd ja die feder die ist so extrem schwer hier na ach schau mal wie schnell ich sowas löse ja die einfachsten wimmelbilder anhänger endlich kriegt man noch mehr mist das sieht aber auch nicht schlecht aus ja sieht aus wie du beim kack naja ja hier brauchen wir drei anhänger wo müssen die wohl rein so ja seht mal das da ein ohrgewicht stimmt das habe ich jetzt schon vermisst im spiel das ist im brett pitbrett ja und dann kann man bloß noch dort die tür und das war's ja ne mach ich erstmal wieder hier wenn es hier was gibt du wirst nichts finden meinst du dort war da ein auge wo hier das alte schwimmel ne rechts dann da ja der podest kartenstücke ah da fehlen noch ein paar ja die hättest du ruhig mal finden können stimmt äh ja dann viel spaß so dann wäre ich du hast auch nicht stil bis ja die maus das ist natürlich sabotage das ist ja nie die zeit schaufel ich habe eine schaufel eine eule eine eule und ein Messer einfach der schädel brennholz und ein hirsch der hirsch wo ist der hirsch hier hinten ist der hirsch ist ja auch einfach ein adler ja das war ein pferd egal ein adler und kälsch äh äh na der adler ist ja wieder übelst einfach ja ich weiß und der furche ist der kälsch das brauchen wir bestimmt das leuchtet so ne äh machen wir weiter ich brauche einen drache einen drache ja nicht hier ist der hirsch da haben wir den schon einmal genauso wie der kelch nie allzu schwer zu finden sein muss äh dann brauchen wir einen pilz diesmal ist es ein pilz ein 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 ja wo ist er ein drache hase ein drachen hasen kreuz ja das ist schon so merke ich mir das auch bloß ähm das kreuz der hase ist ganz niedlich süß ja der ist wirklich niedlich und der drache ist äh auch echt einfach zu finden ja den zeige ich euch auch gleich wenn du ihn selber gefunden hast wenn du ihn selber gefunden hast wenn ich ihn präsentieren möchte ich glaube ich habe ihn das ist aber echt schön für dich ja ja du bist wieder schlechter gewesen na ich hatte ja ein schweres wimmelbild ja ah ein schaufelstiel dazu bräuchtest du eine schaufel so da gibt es hier aber auch nichts mehr ne da brauchen wir erst die taten schütteln na ich komme nun mal weg doch mal unten da ist eine auszüge das ist das kind hier gibt es erstmal nicht viel mehr zu machen ist ja erstmal gut dass man mal hier zwischendurch mal wieder durchatmen kann also einen schaufelstiel haben wir schon mal den kann man hier schon mal reinlegen nicht hier ist ein stein eine ölkanne ach das ist öl ich habe gedacht das ist ein loch nee wo braucht man öl wenn irgendwas verrostet ist ein stein nicht ich weiß aber war jetzt irgendwas verrostet ah ein wimmelbild für mich so was haben wir hier so ah damit kannst du die schaufel mitnehmen damit kann ich die schaufel nehmen und hier wieder weg gehen und damit versuchen den stein vielleicht wegzuhebeln nicht gut dann äh gehst du bitte wieder zurück dann bekommst du jetzt deine wimmelbild oh ich hab wieder was kreation bild ja cool hast du doch vorhin schon mal ja toll hast du es ja noch einmal ist es dasselbe na natürlich bloß halt ein paar andere gegenstände aber hier kennt man doch alle schlüssel die eicheln ja ich bitte dich ist ja jetzt nur nicht schwer die eichel der fisch also ihr glaubt echt nie wie man sich da gegenseitig unter druck setzt wenn man sagt ja hier also die eichel jetzt pass mal auf das ist oder der fisch jetzt hab dich man hier so ja der ist ganz einfach der ist ja wirklich nicht schwer der ist doch total offensichtlich ja ja und die Beelle vor allem ja blöd Mode пост est 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 est